Er schickt mir seine Freundin ein Bild von Schnellstrubel, wie er pennt und sagt, er ist raus für heute. Nee, aber Powernap ist nice. Wie lange hast du geschlafen? Ich habe gerade vier Minuten geschlafen oder so nur. Halbe Stunde. Ich lag halt, weißt du, meine Freundin hat so eine Decke halt, die so warm wird, das ist halt übertrieben OP. Und dann hat die halt, ja, weil so eine, die so selbst warm wird, weißt du. Ah ja, okay. Und dann hat die halt so noch so einen Kopf gekrault und ich habe halt gerade noch schön Jufka gegessen und noch einen halben Blöder. Also wenn der Jufka drin ist im Magen, dann ist es wie Schlafmittelsache gemacht. Ja, und dann halt noch ein halber Donut-Teller und dann habe ich mich da halt hingelegt und auf einmal wurde, keine Ahnung, hat es gedrückt auf den Kopf. Oh Leute, es gibt die nächste Runde TTT. Diesmal dabei Micky und Amanov zusätzlich. Dann haben wir Marcel, Kenny, Rumatra, Chef Strobel, Nitu und ich. Wird mega geil. Die Map wurde ein bisschen bearbeitet, wurde noch ein bisschen besser. Ihr wisst, wie es geht. Alles klar, gut gebaut, ich bin tot. Die Map wurde ein bisschen bearbeitet, wurde noch ein bisschen besser. Okay, haben es alle geschafft jetzt? Ich glaube, ich spring mal nicht direkt raus. Ähm. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, ich habe es überlebt. Okay, Leute, ich will euch gleich mal eine Ansage machen. Ich bin ja detektiv. Leute. Digga. Weil jeder rumjumpft, bin ich auf seinen Kopf gefallen und geschoben. Ich glaube, wir müssen echt... Ey, wir haben einen Traitor dann getötet, ne? Hier, guck mal, ich habe seine Waffen aufgehoben. Nein, du hast so kacke gesnipt. Ich war der beste Traitor. Digga, du hast Mindgames, du bist mit einem Gwebbler aufs Dach gegangen, hast du die heavy Sniper genommen, eine halbe Stunde gesnipt und die ganze Zeit daneben geschossen. Ich habe einen Lachfleisch geschoben, weil du die ganze Zeit rumgeschrieben hast, wer snipet denn hier? Ja, natürlich. Wiederherrschen an der Insel dauert es auch für euch so lange? Ja, ein halbes Jahr. Ja, ja. Ey, warum kommen wir nicht einfach Falschschaden aus? Okay. Los geht's. Da raus, wo nicht die Lipp steht. Nicht auf den Bounce-Pattles weiter rumspringen. Jetzt weg von den Bounce-Pattles, jetzt geht's instant los. Jupp, warte, wenn alle unten sind. Sind alle unten? Jupp, ja. Alle unten? Okay, los geht's. Wo ist der Detective? Ich will mal die neue... Sprachen lernen, Bubble. Ich will mal die neue Map erkunden. Hier. Was ist denn hier neu? Was heißt hier? Detective, wo ist hier? Wo ist der Detective? Der mit der Scope da eher rumrennt jetzt. Wer denn? Da ist Skid. Wer ist der Scope da? Micky, hast du was zu sagen oder warum rennt sie hier weg? Aber Max, ich habe hier was für dich. Oh, er hat über einen Arschluss geschaut. Leute, Leute, Micky ist hier ganz alleine schon weggerannt. Wo ist Micky? Wo ist Micky? Micky, Micky? Ey, Leute, Leute. Micky ist die Traitor. Er ist nicht bei uns. Er ist nicht bei uns. Er ist nicht. Ich hatte jemanden eine Scheide von mir. Ach so, das bist du, älter. Ja, okay, okay, okay. Aber Max, ich habe hier hinten was für dich. Du hast du da gerne einen Spulkreis gemacht. Letztes Mal. Ich beobachte. Ich beobachte. Wo ist Micky? Wo ist Micky? Der Spulkreis. Micky ist der Traitor. Ja, wer ist der andere Traitor? Wir wissen schon, wer der Traitor? Wir brauchen keinen Spulkreis. Ich gucke nur. Leute, er hat auf dem Dach. Passt auf da. Alter, hat er sich direkt hochgegöppelt? Da, guck mal jetzt, wo ist er? Weg ist das weg? Ich bin hier hochgelaufen Warte, warte, ich kann's erklären, ich kann's erklären Ich kann's erklären Weil Rumatra gestorben ist Ich komm hier nicht mehr raus Aha! Ja, aber ich komm hier nicht mehr raus, wie ist das hier? Hä? Warum hast du nur sch... Boah, ich dachte... Wie viele Beelen denn noch? Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich hundertprozentig gerade Kenny getötet Weil er einen Illusion getötet hat Musik 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 Hä? Wie auf Miki da ist? Warte mal, warte mal Habt ihr gehört? Ey Nitu, ist das schlecht Ey, ich häng fest Nitu, nicht bewegen Hallo, lasst mich mal raus Nicht bewegen Nitu Alter, ihr Fetzleck, lasst mich raus So Die Befragung geht los Nitu, warum haben wir so hart verplappert? Wieso hab ich denn verplappert? Bei Osten läuft doch einer im Nordosten Bei der Tankstelle Ja, ich bin doch ich, ich war da unten Ich hab mir da unten was angeguckt Äh, was hast du da angeguckt? Sag mal Es ist hundertprozentig, Chef Rube Nein Nein, warum willst du mich schon wieder töten? Warte mal ganz kurz Ey, du bist so schlecht einfach Du warst drei Stunden weg, hast den Traitorraum gefunden Hast dich komplett equipped Bleib doch mal stehen, Chef Rube Ja, was? Kenny, Kenny, hol ihn dir Nein Hä, mal kurz, ihr habt keinen Verdacht Ihr habt keinen Verdacht Ihr habt keinen Verdacht Das ist richtig schlecht Ihr habt keinen Verdacht Warte, 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 es ist Max Es ist Max Es ist Max Es ist Max Es ist was denn? Max ist es 100% Wie viele Spieler sind wir noch? Ey, what the fuck Was ist das denn? Nein Nein Wer ist es? Nein 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 Ich hab sie Ich hab sie Jungs Alter, wer hat da gerade komplett alle Traitor ausgelöscht? Wer war das? Amar Keine unendliche Munition mehr Was halt Zum Beispiel Healing, Boogiebomben und halt die Traitor sachen betrifft Okay, gehts los? Wer ist der Motorrad skin? Nein Achso Das ist der Motorrad skin? Ich bin das, ich bin das Ja Okay So fehlt einer Ja, Chef Strobel hat sich gerade schon wieder Trader Waffen und ich finde das so low von ihm, dass es halt auch so auf Ja, aber dann weiß ich nicht, das ist halt übelwert, komm mal gleicher Strobel töten ja 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 Er hat was für Schubel drinnen Er schubelst du nicht tot Aber alle zusammen rumlaufen Warte mal kurz, welchen Skin hat Micky? Micky ist der Dino Skin Dino Sicher? Ja Ja Wieso hat er gesagt, er ist der Dings Was denn? Aber er ist gar nicht der Was denn? Wie heißt der nochmal der blaue? Detective Detective, genau Ja oh man Er meinte, er ist der Detective oder nicht? Ich wollte eigentlich die Verarschung, dass ich tot bin Hast du nicht gesagt, du bist der Detective? Scheiße Scheiße Der erste Twitter ist down Große Detective Ja Hat noch einer Max, geh jetzt an die Wand Ich möchte erst mal die Detective fest Guck mal, der geht doch nicht an die Wand Leute, der geht doch mal Digga Ich sag doch die ganze Zeit Steh dich jetzt an die Wand Max, ich soll schieß dich An die Wand Los Ja So, haben wir drei Leute für Max Warum denn? Mit einer Vergründung, ganz Ja, weil du sagst, Mapper Kunden Ja, äh Ja, äh So, ich bin da für Max Abknall Die saßen 10 Stunden an der Map Ich schütz dich Max 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 halt ihm doch die knarre an den kopf und dann darf er laufen was denn für eine märkte schreibt sie standen 17 stunden haben wir in dieser map getrüft ich möchte jetzt gerne gar nichts ich kann ja ja komm max ich diskutiere ich es ist auch schon strobe auch anstellen was warum hast du gerade klar er hatte die armbrust draußen ganz kurz das tut mir echt leid für den 7 gegen 1 ja ich habe eine frage ich weiß ich bin mir dafür dass wir mal ich hab grad geguckt ob einer eine bessere position einnimmt von euch dann weiß ich wer das ist aber ganz schlecht geschossen wenn ich das gewesen wäre ich muss die dreh mal ein mausrad das ist doch vielleicht auch kein detective doch ich hab doch alles ich habe es gesagt ich habe wollte dich auf mich hören ok ich bin zurück ich war kurz auf klo wo bist du welchen skin hat marcel welchen skin hat marcel welchen skin hat marcel das ist echt schlecht das ist echt schlecht ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin wieder da der strobe ja du bildest die gesperrspitze in unserer sondereinersgruppe ich weiß ob er schon hier drin war aber ich glaube es nicht ganz große scheiße bauen von euch ja wo ist der marcel jetzt wir sind jetzt safe bei der strobe also wenn du wirklich ein innocent bist dann kommst du jetzt raus 10 sekunden marcel 10 sekunden hast du 10 sekunden 10 9 8 7 6 2 er kann doch nicht immer so hero aktionen machen 4 da 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 ist er hier bin ich hier bin ich killt ihn killt ihn nein 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 warte ganz kurz ich verstehe nicht wieso nicht mehr ich bin doch nicht rausgekommen ich war so safe ich schwörs ich war so safe wer hat ihn umgebracht wer detective detective war das das war chef strobe alter chef strobe ich war mir 1000 prozentiger das ist das ding marcel was tut mir so leid ich kann man so Rika in uns spielen aber warum geht der eine umgekehrt er sagt ich bin auf Toilette gewesen nein ich wollte nur ein bisschen triggern hä wieso bin ich wieder auf weg du musst weg du musst weg Marcel ist mir leid mal jemand gewinnen NFDI jetzt beide aber ich habe ganz ganz sagen ja erst das wäre micky oder marcel dann dachte ich ist es wiki oder romatra es war einfach die ganze zeit keiner mich die ganze zeit ja wir erschießen jetzt nicht ich will max jetzt darauf in das schießen und den anderen auf meiner seite ich bleibe ich enthalte mich gerade tatsächlich danach auch mit getötet warum enthältst du dich denn jetzt warum soll ich auf irgendjemand pushen wie ich habe mich noch nicht verdächtigen ja ich verdächtige aber nicht einfach hier ist der einzige der leute erschießen darf ich glaube ich glaube ich glaube nicht dass max es ist also wirklich ein traiter ist aber ist der absolute krankeste welt den ich je in der geschichte von tt gesehen ja ja ich weiß ich glaube das wird einer von uns dreien hier sein und dann müssen wir halt einfach so geil ich muss ganz kurz was sagen ist der traitor er hat also er hat den traiter gesehen wir eine millisekunde die armbrust rausgeholt hat und hat ihn daraufhin sofort erschossen nein habe ich nicht habe ich nicht habe ich würde jetzt ich würde mich danach wenn es nicht stimmt dann darf ich aber nicht töten wie geht ja alle one shot ich bin ich bin one shot jetzt alle one shot so ja ich bin ja ich bin ja ich bin für nitu und max die ganze zeit schon töte bei den Ich war ich war ich war in Wien so einem Film wo alle mich anschreiben machen Ich habe es die ganze Zeit gesagt Also Michi hat mal ganz zwischen Trimax und Dings so übel durchgedreht Ich war echt kurz davor Dings erstmal Michi zu töten weil er alle so angestiftet Ich möchte nochmal ganz kurz hervorheben wie krass Nitu beide Traitor-Runden gespielt hat Kann das aber jemand checken? Das wird sau schwer zu überbieten Kann man Kollegen wegkrotzen? Kann ich auch Ich habe eine Frage Du hast deine Armbrust gar nicht rausgeholt Und er hat euch einfach so getötet Das ist so geil ne Jungs weiß man wenn man Traitor ist wer der andere Traitor? Ja du bist im gleichen Raum Deswegen wusste Nitu das ja sofort